so meine lieben Zuschauer oder nein, ihr lieben Zuschauer, wir sind wieder da, wir sind wieder da, weiter geht's Ja, hallo So, was hat man gesagt, was machen wir, jetzt macht erstmal jeder seins, oder wie? Ja, wollten wir eigentlich machen, was hier, wenn wir jetzt auch so, ne Ja, da mal aber sowieso Hälfte hält Äh, ja, jeder baut jetzt seins und dann fangen wir mal, ne Ah, stimmt, dass war's, äh... Ah, das meins, Wunder, la Ja, Entschuldigung, Rufie, warum liegt das nicht, das ist deswegen... Ja, nein, ich war persönlich eh Das ist mein, das stimmt, ich habe ja Ja, du hast einigen Scherzen, aber die am anderen sie von mir gekriegt, also Ja, ist doch gut, ist doch schick, ist doch alles okay Ach so, wir wollten, ja, Diamanten einmal aufnehmen da war noch 2 wir haben ein bisschen wie die Baumarchie Nö das Nö äh sag mal warum rutscht denn hier auf deinem Pferdruck? Ach weil es in der Kiste steht Jut Prozent und jetzt so jetzt so 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 das so fett wer ist fett? ja und sie haben was auch nicht nicht schützt nicht warum haben wir jetzt noch mal ja wir haben uns zu tun warum ja warum warum denn aber nicht nur Mönchengladen weiß ich nicht um die das ist die Schilder und Schülerinnen bei der Existenz zwischen dort nur da wo man der Preis die Art der Stau der Pech Morin Wanderer schweißen 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 3 3 3 3 3 wie er macht nur einer sehr schön nr warum bist du eigentlich schon da unten da muss man so warum um wo baust du dich denn nieder und lässt du dich denn meistens und so heute in der Nähe schon wir brauchen ja dann noch was schönes großes zusammen und nur noch mal nur zu Hause in der Umgebung und die Kost und so der Ausstattung ich glaube nicht nur schon um um mann bei mir auch gleich wenn ihr länger die Scheiße Prozent Herr Wieschweißer Sender oder sind ja in einem Block in einem Block erlauben das ist es gibt die manchen aus man sich sonst dann bin ich sogar ziemlich sicher ja ja schon mal einfach aber an könnte ich eigentlich noch ich weiß was ich heute gesehen habe was dann ja und was wie wir doch bewundert so ok hier und bei einer die mann um und von mir aufgrund von dem an nachdenken Prozent ich habe es gesagt er hat sich und an einer neuen Dankeschön! Gut, ich bin wieder im Moment! Wenn du sowieso nicht, Chris, wenn du so weitermast... Pac'n auf, ich bin ja kein Werner. Pass immer auf, du glaubst so ganz nicht... Ach ja, vielleicht sollten wir den Zuschauer mal kurz erzählen, was wir uns böses ausgedacht haben. und eigentlich auch schon letztes Mal produziert, oder? Wir machen immer so eine Aufnahme Session und jeder stellt eine Aufnahme Session, erstmal eine eigene, eine eigene auf den Kanal, auf den eigenen Kanal und die nächste Session wird dann getauscht. Gestern hast du ja meine schon, die vom letzten Tag, ne? Gestern? Gestern war die letzte Folge von mir. Ja, genau. Gestern war die letzte Folge von mir bei dir und andersrum ersatzweise deine letzte Folge wird bei mir. Richtig. Schlimm noch, aber gut. Hm, das ist die letzte war, stimmt, ja. Ne. Ne, 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 doch. Ne. Dann schreibt mir die Kommentare, wie es euch gefällt. Willst du lassen oder nicht? Vielleicht ist das ja gar nicht so schön für die Zuschauer. Das ist aber auch für uns ein bisschen Arbeit. Oh, ich habe eine Höhle gefunden. Arbeit ist sowieso, und du gehst allein in Höhle, viel Spaß. Hm, da habe ich auch gerade gedacht. Mach mal. Nein, ich hab' ne Lederhose an. Nein, ich hab' ne Lederhose an. Nein, ich hab' ne Lederhose an. Ich hab' ne Lederhose an. Alter, bin nicht Bayer, ich hab' ne Lederhose an. Ja, ja, ich hab' ne Lederhose an. Ja. Toch drauf, ich hab' ne Lederhose an. Ja. Na, man schickt. Aber du weißt schon, das macht das, ja. Ja. Hm, und. Ja, die tauchen auch schon mit allen möglichen Zommes auch. Wie gut? Die tauchen schon, mit allen möglichen Zommes auch. Die gut? Ja, egal, ich bin ja. Okay. Äh. Äh, na, das ist schon die erste Frage. Okay. Aber. 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 die Schöne nachhaltig wie in Klammern ich bin mal bei uns uns ist gar ein ganz lang Prozent nicht anders und er hat so eine Scheiße die Schleimstunde durch die die Kinder Nicht noch! Ja! Mach! Ey, haut der nicht! Mach mal nicht so weit, ich wollte zurück. Aber viel passiert hier heute tatsächlich nicht, damit wir mal gebraucht was. Hm hm. Noch nicht. Mach mal auf, ey. Da kommt noch Menze. Pass mal auf. So. Au. Au. Ach, mach dich braun. Na ja, nicht braun, ja. Es ist nur ein Skelett, da ist noch bei uns. Au. Alter, da sind noch zwei. Also... Es ist ein Skelettchen. Ja, aber schon. Uuuu. Uuuu. Oh, ich einst noch, was zumessen los?